so ausgabe 95 wir bauen jetzt weiter am iron man ja es geht weiter erst mal gucken uns mal die zeitschrift an wunderschön gemacht dass die anfang seite des heftes und hier schon mal die bauvase hier ein schönes bild finde ich wieder sehr gut gemacht iron manns maske stück davon jeder zusammenbau gezeigt worum es geht es geht sich heute um wie schon letztens jetzt an die positur für den gedrehter oberkörper eine ganze anleitung schönes comic wieder finde ich wieder hier mit captain america mit unseren superhelden und hier ja aber jetzt wollen wir natürlich anfangen das zu bauen und dann nehme ich mir jetzt mal ein messer das ist wieder alles kunststoff ist schade schade hätten ein bisschen mehr metall machen müssen aber gut wir haben muss man gucken ich schmeiß immer die tüten weg und ich gucke nie nach dem schrauben das ist immer ein großer fehler also leute wenn ihr auspackt vergisst nicht die tüten sind wichtig was ist das und aufschrauben freuen wir uns wieder so jetzt machen wir das hier fertig wir nehmen wieder unseren super schraubendreher so schritt 1 das fand wir an zu flackern nach ja gut so wo kommt das hin so ich musste mal anders licht an machen ich muss noch was anders einfallen lassen also dieses teil kommt hier kommt hier seitlich rein seht ihr das hier unter so eine einkerbung muss hier schon abschließen dann brauchen wir die schrauben lp das ist immer die hier so sieht das aus so man müssen noch fest nachziehen aber nicht so fest ne dann dann haben wir dann dieses teil das fährt dann müssen wir uns gucken wie rum es kommt so rein ok auch mit den schrauben dann lp sind die die anderen jetzt kann schon passiert dann schrauben hat so viel schrauben hier also zurück ganz kurzer fehler ist ja auch nicht man ist ja mensch so die sind das hier diese so genannten mit diesen so art dickeren gewinde ja geht alles klar ok ok so jetzt haben wir es das ist schon die ganze zeit schon passiert manchmal schrauben verwechselt so jetzt kommen die das machen wir jetzt hier rein so und das ip kommt dann jetzt wirklich hier rein ok brauchen wir noch zwei stück da waren auch nur zwei positiv so haben auch fest dann kommt haben wir nichts vergessen dann kommt dieses moment wir brauchen mich das teil noch von letztem mal und das wird es hier so rein geschoben sieht ihr das so und ja das aus dann wird das ich denke mal umgedreht ich denke mal umgedreht doch nicht umgedreht irgendeine schraube hier seitlich da muss noch eine schraube die lp muss ja fest geschraubt werden so mal fest schon ganz gut aus schön schönes rot so dann haben wir das dann kommt dieses teil hier das wird jetzt irgendwie aha genau das kommt hier so seitlich dran aha ok reingeschoben hier wird dann hier ist eine schraube auch mit den schrauben lp lp hier fest montiert hier sind plastik schrauben extra dafür gemacht damit die einrasten so sieht es aus dann haben wir jetzt dieses teil dieses teil wird jetzt wo kommt das jetzt dran jetzt müssen wir jetzt mal gucken wie das rum kommt ok aber dieses teil wird dann hier oben drauf geschaut und ihr habt ihr hier noch die löscher und das muss jetzt hier irgendwie so rein geschoben werden die oben drauf gesetzt so sieht das aus dann müssen die schrauben noch einmal diese schrauben up da rein schrauben bisschen vorsichtig sein ist das ob es richtig rum so also es ist halt diese gedrehte positur also sie es ist bisschen so ein bisschen anders und dann sagt ihr kein schreck okay das sieht ein bisschen anders aus ich glaube es gibt noch eine andere positur die kommt sicher auch nochmal kann man da kann man ja verstellen dass er sich so gedreht und das war auch schon die ausgabe 95 fertig ja ich hoffe das video hat euch trotzdem gefallen wenn euch das video gefallen hat lasst einen daumen um nicht vergessen meinen kanal zu abonnieren dann sehen wir uns bei nächsten ausgaben wieder und ja ich freue mich schon im sinne euer maik bis dann ciao so